wenn es eher taktisch zur Sache geht bin ich ein bisschen im Vorteil aber so, damit komme ich nicht so klar ich bin voll halt, ich bin immer offensiv, ich gehe immer drauf los du bist eher so der Taktik-Fuchs lass mir immer irgendwas einfallen oh komm schon, ey oh Marcelo, nein man Marcelo ich bin gerade so konzentriert scheiß Barca, man, ohne Witze, die darf schon kein Mavro das Tor kommen lassen fuck, lauf nein nein, ja ja, Casillas weg mit dem Ball das ist so ein Match, wo ich jetzt meine Chancen nicht mache kann das sein, ey ok, so viel hatte ich ja auch noch nicht ja, aber dafür voll die von dem, was ich gehabt habe das waren das schon Chancen scheiße, man, ohne Witze ich kann meine Konter nicht mit zu Ende springen grad nein, Casillas ja, Casillas, ja schieß ich auf ja, den muss der festhalten, der behinderte Trottel das darf doch nicht wahr sein das darf doch nicht wahr sein das darf doch nicht wahr sein aus weg endlich mal Ruhe reinbringen Jungs strengt euch an eure Mütter gucken zu du du leck mich am Arsch, Mann halt ich grad zu Alter, halt ich grad Dusel, Mann ich glaub drei Mal oder? ich glaub so in dem Dreh rum ach komm, fegt euch ohne Witze, jetzt spielen sie nix mehr ich muss mal den Ball da wieder kriegen jetzt sind wir sehr schön Ruhe reinbringen Ruhe reinbringen Ruhe reinbringen Barca, def das ist gar nicht so einfach ich weiß nicht Nein Alter das steht zwar auf dem Papier das sei die beste Mannschaft aber Ja 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 Ba Ba Alter und was für ein Kuseltor ich hab voll abgezogen der Ball blockt ab und voll Ruhe rein, Mann Ja guck dir das an das war aber geil das muss ich nicht sagen Alter guck mal das war Hand das war nicht der das gehubsen ist bei dir ja ja jetzt ist es versaut schon ja jetzt ist es versaut ja 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 2-0 2-0 jetzt bin ich ein wunderschönes zuspiel sauber geklärt das war halt für Freude ja klar Hammer weil ich noch nie 2-0 geführt hab gegen dich ah doch ich glaub schon mal oder jetzt schieß ich mich sowieso voll ab oder ich glaub ich ne so kann die ganze in den Ball zu kommen aber Alter die Druckwelle hab ich überstanden und dann mach ich so ein Duseltor das ist Fußball das ist echt Fußball das ist Fußball unglaublich komm bring die Ball zurück Alter Mann die sind so hektisch ich versuch noch mein Bestes aber ich glaube dass es mir einfach damit verbockt hab dass ich die Chancen nicht gemacht hab ich hatte schon eh ohne Witz mal das war ich Glück von mir dass ich das Ding weiß und aus Schnellzeit muss ich eigentlich 2-0 in Führung gehen und jetzt gerade musst du eigentlich das 1-1 Schieße oder vielleicht sogar zu 2-1 in Führung gehen aber das ist Fußball das ist echt Fußball das hat jetzt nichts mit FIFA zu tun das ist einfach Fußball ja mal gemein mal mal es gibt einfach so Schmetsch der Arsch einfach der Felspieg nein doch fuck der Scheiß war das mal oh drauf halt die sind beide voll offensiv gell irgendwie ja oh nein alter jetzt hält er den fest nein komm ich spiel die 4-2 du d du das weil die du in den Kopf passt. Nein 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 nein, la 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 la. Der Tor! Jetzt wird es noch mal eng. Scheiße man, ich hab voll noch aufgebracht. Nie aufgeben. Ich wollte doch einmal ohne ein Gegentor gegen die Tür. Ich wollte doch einmal ohne ein Gegentor gegen die Tür. Ja, ne, ich wollte reinfahren, ohne Gegendrückung. Es geht nicht. Jungs, man, zurück. Boah, was macht denn der? Alter, 8 zu 3 Parade, guck mal. Kassiers ist absolut, also der war echt gut. Bis jetzt. Aber du darfst ihn nie loben. Weil das ist ein Tipp, der Atom ist ein scheiß Platz im Spiel. Nein! Kassiers. Ja, nicht. Hätte ja was werden. Boah, lauren. Jetzt geht mir auch ein bisschen in die Pumpe, weil ich doch noch ein bisschen Hoffnung habe. Nein! Das ist doch kacke, Mann! Drauf! Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Ja, doch nicht so weit! Um Büs willen! Ja, es gibt Einwurf. Ja, es gibt Einwurf. Ja, es gibt Einwurf. Ja, wir suchen sie jetzt. Ja, wieder Balder durch die eigene Reihe. Fantastisch! Scheiß! Ich habe ihn nicht wirklich geschickt bekommen. Ich habe ihn nicht wirklich geschickt bekommen. Scheiß! Hey, du hast mich schon mal... Du hast schon mal ein Ding. Und in den letzten Minuten wieder ein Tor geschossen. Ja, aber es wird eng. Allmählich. Und meine Spieler greifen nicht an. Nein, komm! Der ist doch behindert. Jawohl. Ja, komm! Özil, komm! Das wäre die Entscheidung gewesen, Mann. Freie Bahn! Und alles verfolgen. Also, ich habe nicht mal gewechselt, Mann. Komm, Mann! Ach, sowas nervt aber. Wenn man einfach zum Schluss nicht mehr alles gibt. Komm, komm, komm! Lauf, lauf, lauf! Ich kann nicht wählen! Buh! Fuck! Komm! Alter, dich, der ist doch zu dumm zu kacken, ey! Der Typ. Ach, komm, jetzt war ich noch im Angriff wenigstens, ey. Alter, wenigstens eins. Einmal gewonnen. Einmal gewonnen in meinem Leben. Naja, gutes Spiel. Das war definitiv. Das war definitiv ein gutes Spiel, Mann. Das war definitiv ein gutes Spiel. Also ey, das war echt. Also, muss ich... Spannung, Spannung bis zum Ende. Ja. Auf ein neues. Bald gibt's die Revanche. Wir sehen uns auf jeden Fall. Ciao sagt euch Iro. Und ciao sagt euch. Juhl. Bis zum nächsten. Ich bin jetzt erstmal fertig. Ich muss gleich mal pennen, weil... Ach nee, eigentlich sollte ich jetzt noch Party machen gehen. Eigentlich sollte ich jetzt noch Party machen gehen. Ich glaube, ich gehe noch Party machen. Drück's mir halt noch mehr rein. Ich ruf jetzt glaube ich noch ein paar Weiber an. Also, ciao Jungs. Das war... juhl... Also, ich weiß, es war scheinbarكل biphys Biden. Sehr sicher. Was bin, das war ja, H kau lado blauplat!